Hallo liebe German Market Freunde, ich bin Lars vom Marketpress Team und zeige euch in diesem Video, wie ihr eure fortlaufende Rechnungsnummer zu Beginn eines neuen Monats oder auch eines neuen Jahres immer wieder zurück auf 1 setzen könnt. Dazu geht ihr hier bei German Market in das Add-on Rechnungsnummern. Hier findet ihr die neue Option, um die Rechnungsnummer zurückzusetzen. Da ist standardmäßig kein Reset vorgesehen, aber ihr habt auch zur Auswahl ein monatliches Reset oder ein jährliches. Diese Einstellungen machen aber nur Sinn, wenn ihr im Präfix oder im Suffix die Platzhalter Jahr, Monat, Tag mitverwendet. Sonst wäre es zum Beispiel so, dass jetzt im Januar bei mir die Rechnungsnummer 2 vergeben wird, aber im Dezember 2016 habe ich vielleicht auch eine Rechnungsnummer 2, was dann zu einer doppelten Vergabe von Rechnungsnummern führen würde und das wollen wir ja nicht. Beispielsweise können wir also den Präfix so wählen, Jahr, Monat, Test. Dann sieht hier die Rechnungsnummer so aus und es kann keine doppelte Vergabe von Rechnungsnummern passieren. Jetzt habe ich hier Beispiele vorbereitet. Hier seht ihr meine Bestellung vom Dezember 2016 und mit der fortlaufenden Nummer 8. Danach kommt die 9 und meine neue Bestellung im neuen Monat ist dann wieder die 1. Diese Rechnungsnummer wird auch dann in den PDFs verwendet, wenn ihr das Rechnungs-PDF-Add-on aktiviert habt. Das war es dann auch schon. Tschüss!